Ich drücke jetzt einfach nur noch die ganze Zeit ENTER und Yep! Enter! 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 Klick links! Was klick links? Klick links! So, bin drin. Und bin Terror Meyer. Terror. Interview With LIKE syntax So, jetzt noch mal... Uторов sehen Sie clearing! Oh, lol. Aber ich hab schon... Siroko? Schnocco? Nice. Oh Siroko ey! Ganz ehrlich. Das macht doch keinen Spaß mit dem. argue an oder Auchhin Bessing Wieso nicht? Achso, verdammt, geht der jetzt esslos? Der ist doof. Der ist doof. Ja, weißt ja nicht, vielleicht ist ja auch hier schon wieder einer aus unserer Community unterwegs, die rasieren uns ja in aller Regelmäßigkeit weg. Wahrscheinlich Sirocco. Sirocco auf jeden Fall, ja. Nö, der kann ja einfach nur so zufällig dabei sein und... LOL Und übel gut. Übrigens kommen die halt gerade hart übers Haus. Also so hart. Oh, 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 oh. Sorry guys, no way. Ema der gleiche. Nicht kriegen beide. Das war ja gerade witzig. Ich muss mich gerade mal orientieren hier. Ach man, wenn der sich bewegt, treff ich den ja gar nicht. Das ist doch doof. Du musst dich auch bewegen, das ist... Nee, dann kann ich ja nicht mehr ziehen. Das ist das Secret. Das ist das Trick. Wow. 0,1 A. Oh! Ich bin Tierbuch. Nein. Ich hab mir jetzt Sirocco ausgesucht. Oh, ich hab ihn dreimal gefehlt hintereinander. Oh, schade und ich könnte beide holen können. Seid ihr ein persönliches Feindbild rausgesucht? Ja. Das ist gut. Braucht man. Der hat jetzt für mich für immer... Oh. Oh, ganz links außen am Haus ist einer. Oh, fuck, Alter. Wie konnte ich ihn denn bitte nicht holen gerade? Das ist Sirocco. Das ist Sirocco. Der der ganz außen ist. Im Haus, im Haus, aufm Haus, aufm Balkon. Ja, hab ich. Noch eine andere Waffe. Nein, ich wurde gemessert. Lol. Danke. Da, hinter dir. Nein. Der war so schlecht gerade. Mann. Irgendeiner rennt hier rum mit dem Messer. Und messert? Der, der dich gemessert hat, den hab ich ja... Noll. Oh, fuck. Da hin. Oh, hier war doch gerade eben noch einer. Oh, Alter. Beim Dick nicht. Ich wurde gerade auch wieder böse weg gemessert. Aber selber schuld. Oh, Frodo mit dem Aiming. La 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 la. Welches genau? Das war ja schlecht. Konnte ja keiner wissen, dass die Tür offen ist, wa? Boah, die kommen alle von links neben dem Haus. Hashtag Map Awareness. Hashtag Brauch Keinen Schwanz. Boah, Alter. Ich fass es nicht. Hä? Komm, was ist denn hier? Ich dachte ja echt, ich fang eventuell, ne? Boah, fuck. Oh, shit. Es rennt halt einer auf jeden Fall rum und messert non-stop. Also versucht halt non-stop zu messern. Let's go. Was irgendwie auch ganz witzig ist. Irgendwo. Ah, shit. Hä, was war denn hier gerade? Auf dem Balkon war gerade einer. Na, Alter. Hier kommen wieder Leute von links. Also... Die besagte Seite des Hauses. Ah, jetzt lade ich wieder nach. Ich hört ja meistens... Rechts außen ist... Ne, ist da. Hab ich schon, ne? Ja, hab ich auch gesehen. Der Sparer. Da ist einer im Haus, unten drin im Wasser. All right. All right. Danke, Belef Mann. Der unten in dem Boot war gerade ein. Ne, da ist niemand. Oh, jetzt aber. Ja. Da rechts schon wieder. Rechts, rechts hinter uns. Hinter uns. Oh, fuck. Bei der Baustelle. Bei der Baustelle. Boah, dieser Hurensohn! Das ist okay. So funktioniert Counter-Strike. Darauf ist das Spiel auch ein bisschen ausgelegt. Oh, lol. Das hat nen Bart. Ich hatte hier noch nen Bart gesehen, glaub ich. Geh ich doch gleich mal runter in die Wanne. La, la, la. I love my Gummy Entchen. Von da oben. Der ist auf dem Haus. Der kleine Sack. Der kleine Sack. Boah, ist einer. Hat mich einer gemessen davon? Oder dieser Captain jetzt schon wieder? Hatte ich doch schon. Hinter uns. Hinter uns. Ach, da hinten. Oh mein Gott, er ist ganz hinten an der... Ja, jetzt ist er tot. Jetzt nicht mehr. Sehr gut. Er hat... Steuerung will überhaupt nicht so wie Frodo will. Steuerung macht nur was Steuerung will. Steuerung ist immer vor den Frodo im Geschäft. Hab ihn. Alter. Ich bin zu froh das. Sorry. Yes, Alter. Sieben Mann Blutrausch. Vorsicht, wer auch mal oben ist. Er kommt hoch. Nein, nein. Ja, kein Thema. Er kommt nicht hoch. Aber ich guck mal, ob ich zu ihm runter gehen kann. Kann ich? Hab ich geholt. Ja. Nein! Guter Call. Guter Call, dass der hoch kam. Diese Auspassung wird einfach zu hören. Steh im Haus an Treppe. Steh im Haus an Tür. Steh im Haus am draußen. Hier ist keiner. Ah, die kommen alle von rechts. Die kommen alle von rechts. Die kommen alle von rechts. Ich konnte nicht schliessen. Einen geholt. Zweiten geholt. Einen geholt. Dritten geholt. Ah, fuck. Jetzt hat mich endlich mal einer geholt. Sorry guys. Sorry guys. Aber wenigstens konnte mich der Typ mit der A, wenn ich... Warte mal. Ja. Geholt. Sind sie gerade. Da kommt einer. Oh shit, shit, shit. Zwei Leute im Haus oben. Im Haus oben ist schlecht. Ich geh, ich geh hoch. I'm sorry guys. Ah, fuck that, Alter. Alter. Hat er mich aus dem Haus geholt. Ich denke, du gehst hoch. Ja, hier. Ich hätte gedacht, er wäre schon weg. Ich war noch nicht einmal im Haus. Und soweit bin ich schon hier. Toll, ich hab ihn doch aber erschossen. Ich geh ins Haus. Oh, scheiße. 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 Oh, trotz Shotgun, Alter. Hat ihn wenigstens einer geholt? Ja, ich. Nice. Ich bin ganz hoch. Da kommt einer. 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 Ich bin bei uns. Oh, sorry guys. No way, du Kleinen. Pssst. Da hat er wohl einmal mehr getroffen. Nein, Nico. Ich hab mich doch gerade ducken. Schade. Da war der Snickers live. Ja. So, wenn er reinkommt, kriegt er auf den Sack. Okay, der Camp jetzt hier ist mir ja. Ich auch. Da kommt er schon, Frodo. Gucken. Hab ihn. Oh, shit. Huuuuh. So. Hui. Hängt hier irgendeiner rum. Puh. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Schade. Ja, ich dachte, hier kommen wir weg. Doch. Weck in no scope. Aber auch aus nächster Entfernung. Das ist natürlich keine Kunst. Aus nächster Entfernung. Ja, fuck man, Alter. Zwei Leute. Oh, shit. Wollte mich gerade einer messern und du hast mich gesaved? Da unten. Unten am Haus. Gut. Ja, nice. Super Ding. Hä, von wo denn? Von durchs Haus, du. Und ich bin das Schwarz-Lifter. Von der anderen Seite der Map-Dick. Das passt halt nicht. Ja, aber da steht auch einer. Schade. Hashtag schade. Oh, schön. Oh, lol. Man kann einfach manchmal gar nichts mehr machen, ne? Ja. Nicht aufgeregt sein, Flo. Beruhige dich. Beruhige dich. Beruhige dich. Nein. Ich sehe ihn so. Nein. 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 Am Arsch. Am Arsch. Nein. Ich wollte gerade auf deinen Kopf gehen. Wollte ich wirklich. Hier war doch gerade noch einer. Hier war doch gerade noch einer. Fuck. Ich wollte gerade sagen, ich habe da schon wieder irgendwo Schaden gekriegt und dann kamen sie einfach von der Seite. Na, schade. Ich dachte, ich würde mal schneller mal aufziehen. Aber nein. Zaaah. Nein. Oh, lol. Oh, lol. Nein. Er hat mich echt gemessert. Egal. Nein. Alter, ich habe noch 19 Leben. Was spielt denn hier gerade für eine Grütze zusammen? Lol. Schöne ist, dass sie sich auch zu großen Teilen zwar gegenseitig die Kills klauen, aber auch echt nicht schlecht sind. Nice, schade. Nice, schade. Boah, Sturmtochter rastet aus. Ein bisschen. Ist total okay. Nice. Aber ich habe ja gedacht, ich muss mich erst mal wieder vom Spiel gewöhnen, ne? Das ist total verrückt. Ja. Kotzt mich so an. So, ich habe immer so einen ARF-Kader gerufen. Ach, er hat... Oh, lol. Alter, er holt dich und killt mich dann instant mit dem Deal. Ich fass es nicht. Gut. ARF-Killer. Nein. Nein. Entschuldigung. Ja. Vorsicht. Oh, nein, nein, nein. Nicht nachladen. Nachladen ist nicht gut. Nachladen ist nicht gut. Ha. 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 Oh, lol. Ich wollte überall auf einmal. Ist doch nicht wahr. Boah. Oh, lag. Alles klar. Ist wieder weg. Oh, what? Nein, am Arsch. Nein. Ich führe ja gerade noch nachladen. Das weiß keiner so genau. Blutrausch, Arsch. Niemals. Messerst du mich. Blutrausch. Hey, wieso führst du? In der Tür. In der Tür vom Haus. Ich bin angeblich ganz vorne. Ich bin auch ganz links auf dem Ding. Ah, fuck. Scheiße. So ein Kack-Spaß. Hä, wie konnte er mich? Alter. Da ist einer im Wasser. Oh. Und eine andere Waffe. Links, links. Links, links im Wasser. Ja, ich sehe ihn halt. Oh, lol, alter. Was für ein Spaßo. Ich finde es so lustig, wie die Leute immer sagen, so, hey, nimm doch mal... Oh, shit. Hier, was? Wie die überschreiben, so, nimm doch mal die Waffe, nimm doch mal die Waffe, nimm doch mal die Waffe. Ja, ja, aber es ist gar ein Game. Na, man kann ja wenigstens doch zum Messer wegziehen, wenn man will. Genau, nimm doch mal ein Messer. Nope. Da ist immer noch einer im Wasser, übrigens. Im Wasser? Wo ist der denn? Links, links im Wasser. Boah. Ich sehe ihn halt. Ah, da. Da. Oh, wo sind die denn immer alle? Aha. Oh, nein. Dac, oi, Lücke. Hä, hab ich den Kill dran nicht gekriegt? Hä? Oh, sorry guys, no way ist wieder am Start. Vin Diesel macht uns wieder kalt. Oh, man, Hashtag Frohtläuft. Oh, Lücke, du. Da, rechts von uns, rechts von uns. Da, hinter uns. Ist aber eigentlich nernst, nernst lustig im Map, weil hier übelst du. Was abgeht. Ich mag die nicht so gerne irgendwie. Sorry guys, no way ist wieder am Arsch. Da kann man durchs Holz schießen, ne? Durchs Holz. Du kannst hier durch, eigentlich alle durchschießen, auch so Blei. Also, eher Quatsch, Blei. So Metallplatten. Nur eben nicht. Also Blechplatten, besser gesagt. Nur eben nicht. Dieser. Sorry guys, no way ist wieder am Arsch. What? Scheit. Scheit. Wo kam's denn her? Da. Aber auch ne schöne Kniffte. Bei meiner, die fällt mir besser. Oja Leute. Lolo lo 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 ho Lolo lo lo, lo 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 loo le lo lo, lolo lo 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 lolo lo lolo ho Lolo lo 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 Lolo lo lo говорить u. Du musst nicht unbedingt aufhören. Dann tiefer zielen! Gut! Nutz dein Brain! Bei mir ist das meist nicht das Problem, sondern ich ziehe zu tief. Fuck that. Außer wenn ich im Kopfschuss. Naja, wenn du eine Kugel ins Nid kriegst, dann kannst du nicht mal in der Welt runnen. Ja, das stimmt. Wo sind die denn? Boah, wie? Ach, von dahinten. Ich dachte gerade, der eine Typ hatte mich noch... Alter, hier heißt einer Lucke. Unbedingt auf den. Haha, tot. Lucke muss verlieren. Auf jeden Fall. Ja. Ich bin auch immer noch kein Fan von Sirocco, ne? Ich bin kein Fan von jemandem, der sich Lucke will. Vielleicht heißt er ja Lucke, denn... Ja. Denn ist halt schade. Ich möchte das nicht. Ich... Machst dich im Bundestag breit, wir wollen das nicht! Es muss ja auch nicht jeder ein schlechter Mensch sein, der im Ausland irgendwie von seinen Eltern aus perfiden Scherzen Hitler genannt wird, mit Vornamen. Ne, der kann ja dafür auch nichts. Deswegen ja. Wir sollten Leute nicht aufgrund ihres Namens verurteilen. Definitiv nicht. Aber Lucke sollte trotzdem... Sondern... Sondern aufgrund... Sondern aufgrund... Ja, im Prinzip ja aufgrund ihres Daseins. Oh, fuck you, Alter. Wie ich damit gerade nicht gerechnet habe. Oh, fuck you, Alter. Wie ich damit gerade nicht gerechnet habe. Sorry, guys. No way. Hashtag schlecht. Kann man noch mal lang gehen. Boah. Hey, sprayen, sprayen. Sprayen und gainen. Kennst du nicht den alten Pumper-Spruch? No pray, no pay. Man, doch nicht von hinten. Na, guckt doch keiner hinten. Nein. Und hier unten im Haus, linker Seite Haus, steht einer drin mit einer Sprutflinte. Oh, shit. Sprutflinte schon. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Wir sind Piraten. Na dann. Hey, ho, I'm a Pirate. Ah. Hey, 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 hey. Wie kann man denn so behindert fahren? Loll, Alter. Aber immerhin noch ein Kill mit der Sprutflinsel. Die kann ich nicht leiden. Und Chironko steht da und lacht sich ins Häuschen. Ja, das glaube ich. Kann er ja machen. Sieht immer doof aus, finde ich. Kann den mal bitte jetzt mal einer Wechsen absuhlen? Nee, kann keiner, weil keiner hat gerade was mit... mit Snips-Charakter. Dann jeg jetzt einfach so nach ran, dass ich nicht mehr daneben schießen kann. So. Zack. Oh, lol, Alter. Hat er nicht wirklich getan. Er kommt zu unserem Sport. Hä, mit Messer? Ha, ha, ha. War doch gerade übeln, ist der Bug. Ha, ha, ha. Digga, zweimal Chirock untereinander geholt? Schön. I'm happy now. Dieser kleine Verlapse schiegt unter. Oh, Nick. Ich dachte mir doch, irgendwer hat noch was mit Scope. Ah, ja, der... Ja, da wäre es dir nichts. Ha, ha, ha. Hätte ja klappen. Ah, wieder was mit Scope. Ich fasse das nicht. Wie konnte ich denn jetzt auf jemanden mit Scope zuremnen? Sehr schön. Und zwar so dumm. Kannst du kurz mal lachen und konnte mich überhaupt nicht mehr konzentrieren. Aber das Spiel macht halt... Also, kannst du sagen, was du willst. Counter-Strike ist halt übelst zeitloser Klassiker. Alter, what the... Das gibt's doch nicht. Ohne Scheiß. Was... Also, entweder der eine Typ, der hier mitmacht, hat keine fucking Hitbox. Der messert einfach die ganze Zeit noch. Ja, naja. Ist ja auch okay, wenn er ausweicht so nach dem Motto. Aber ich habe ihn meiner Meinung nach gerade definitiv getroffen. Äh, lol. Fröhlich, war doch noch kurz. Hä? Hashtag Entfernung, Hashtag Fragezeichen. Da steht einer oben. Ja. Was heißt denn oben? Oh, schade. Und die... Ich weiß, er ist tot. Tot, doch? Ist ja ekelhaft. Äh, äh, äh. Ich lege. Oh. Sirocco, ey. Instant. Mein, das war ja doof grad. Er hat jetzt... Sirocco hat jetzt ne Sniper. Nein, ich hätte doch noch aufgerufen müssen. Der wäre doch gegangen. Hä? Der ist aber dauernd. Wie denn? Also entweder er ist... Oh. Kotov ist halt auch echt so ein schlimmer Name. Ein paar Sachen verstehe ich nicht, die hier passieren. Muss ich echt ganz ehrlich sagen. Wie gibt er noch? Boah, ich habe mich gerade umgedreht. Da steht Sirocco. Ah, shit, shit, shit. Nein, warum mach ich denn raus? Das Scoop. Ja, ich hab was mit Scoop. Jetzt geht's los. Du oder auch ich. Was in dem Spiel noch fehlt, ist spotten wie in Battlefield. Hehehe. Das finde ich ja so unfassbar dämlich, dass das bei Battlefield, also bei Star Wars Battlefront nicht geht. Dass man da nicht spotten kann. Das ist halt so der Über-Fail. Bracabracca, ihr Wichser. Oh lol. Hahaha. Alles klar. Kein Thema. Lol, wie wir hier einfach nur zu zweit stehen und warten. Ah, ich denke ich bin jetzt mal verstanden, tut mir leid, ich musste noch sniperen. Hahaha. Wir haben uns gerade den übelsten geile Effekt geliefert. Keiner von uns traf. Gutes Gefecht. Zumindest nicht zufriedenstellend. Oh lol. Jetzt traf einer. Nein, sorry guys, no way. Oh lol. Einmal hab ich's noch. Ramp dann. Komm mal Eke, komm komm komm. Oh shit. Die Rocco, du kleiner. Du wolltest. Spass. Spass ist auf jeden Fall eine solide Beleidigung. Ja, geht immer. Ist nicht ganz so böse. Oh shit, das war dumm. Mit seinen Hattisickten. Öh, fuck. Oh god. Oh lol. Wer hat mir den Kill gerade weggenommen? So hat fieset. Von oben. Oh ho ho ho. Schade. Du überredders. Du überredders bin ich gerade durch. War ätzend. Du überredders bin ich gerade durch. War ätzend. Ah, wirklich jetzt. Da, du kleiner Drecks. Jetzt putzen. Äh, wo denn? Geht kann er mich denn von da hinten so krass? Oh Snappy, warum hast du den denn gekriegt? Ich habe mich extra ran geschlichen. Alter, wir stehen hier zu dritt in dem Hals. Why? Why? Warum renne ich in so jemanden rein? Warum Lucke? Warum ausgerechnet Lucke? Kerne danke Lucke. Haha. Sorry guys, wollte mich gerade neifen. Hat er aber nicht geschafft. Hat er aber nicht. Du suchst Blöten. Ne, ne, frag mich nur, was du da suchst. Warum? 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 So viele fucking Hits. Vorsicht, du röpst eh noch mit dem Messer rum. Ah, ja, mich. Ich war gerade bei der nächsten Stufe. Ich könnte kotzen. Oh, 27, 7. Wie oft sterbt ihr eigentlich? 26, 33. Äh, hallo? 28... 26? Wie schaffst du denn nur 7 mal zu sterben? Ja, na, ich pass halt auf Leute. So was nehmen wir? Safe House? Ja. Ey, das hört's.